Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Hegel F1 von Goodyear Auf dem Weg zur Euro 96 Ein Überblick auf die Qualifikationsbegegnungen, die 16 Topteams Europas und ihre Starspieler vor den Europameisterschaften in England Auf dem Weg zur Euro 96 Dienstag, 22.30 Uhr bei Eurosport Formel 1 mit Coca-Cola Und wir sind wieder zurück Damit Ihre Träume nicht einfach zerplatzen gibt es den Citibank Sofortkredit Weil wir laufend geschult werden, beraten wir Sie kompetent und entscheiden auch ganz schnell Also ganz flexibel Ja Und Sie erfahren auch, über wie viel Geld Sie verfügen könnten selbst wenn Sie jetzt keinen Kredit brauchen Und Laufzeit und Ratenhöhe Die werden individuell abgestimmt Clever Interessant? Dann kommen Sie zur Citibank Oder wählen Sie jetzt 080 33 22 111 The city never sleeps Citibank Level Das city never sleeps Der acessant interessant ist Ladies stores Wobei Laufzeit Erstens Dasrамен Ho fruition pyramide participated Die » Mit Ihre Träume nicht zerplatzen, gibt's den Citibank sofort kritisch. Sie werden kompetent beraten und bekommen ganz schnell eine Entscheidung. Also, kommen Sie zur Citibank. Oder wählen Sie jetzt 080 33 22 111. Citibank. Golf in seiner ganzen Größe. Golf aus allen Blickwinkeln. Mit Eurogolf erleben Sie die interessantesten Momente der größten europäischen Golfturnier. Ihr Rendezvous mit den internationalen Golfstaus. Eurogolf, Montag 0 Uhr bei Eurosport. Formel 1 mit Ford. Bayern München gegen Bordeaux. Das UEFA Cup-Final-Hinspiel bei Eurosport. Eine Riesenherausforderung für Bordeaux. Ihr erstes Europa Cup-Finale. Bei den Bayern stimmt bislang die sportliche Bilanz. Dennoch kracht es ganz gehörig im Vorstand. Bayern München gegen Bordeaux. Das UEFA Cup-Final-Hinspiel. Mittwoch, 22.30 Uhr bei Eurosport. Mit LG. Formel 1 mit Coca-Cola. Always for the fans. Sit down. Motors. Ihr wöchentliches Motorsport-Magazin bei Eurosport. Infos, Reportagen, Interviews, die Rennen, die Resultate, die Bilder. Motors. Motorsport-Action pur. Mit Total. Und Excite-Batterien. Motors. Mittwoch, 18.30 Uhr bei Eurosport. Eurogoals. Der Überblick auf die nationalen Meisterschaften Europas. Mit Frankreich, Spanien, Portugal und Holland. Ihren Titel verteidigen. Nord, Real Madrid, FC Porto und Ajax Amsterdam. Eurogoals. Die Resultate, die Tore, die Bilder. Eurogoals. Montag, 23 Uhr bei Eurosport. Eurogoals. Eurogoals. Formel 1 mit Goodyear. Zurück am Nürburgr... Eurogoals. 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 23 Uhr. Viele denken da ans zu Bett gehen. Außer Golffans. Denn die wissen, dass es um 23 Uhr das Beste vom Golf bei Eurosport gibt. Die Italian Golf Open. Von Donnerstag bis Sonntag, 23 Uhr bei Eurosport. Formel 1 mit Coca-Cola. And Waves for the Fathers. Und wir sind zurück hier.